Hangabbruch beim Schüler, beim ehemaligen Schüler GmbH Vorsitzenden. Einmal Schüler. Der Sportplatz ist Schlitzerbach spielbereit, bis auf ein paar Maulwurfhügel, die zu begradigen wären. Es ist in den Feiertagen hier grüne Wiese angesagt, das heißt man könnte sogar Training machen, wenn man möchte, wenn die Halle zu ist, wird wohl nicht passieren. Das Schwimmbad unter einer Eisschicht. Das Schwimmbad unter einer Eisschicht. Wenn mir der Aufwand zu groß ist, sowas zu erneuern, muss ich es halt wieder abmachen. Also das heißt ich müsste streifen, zum Beispiel mal hier. Die erste Aufgabe eines Abrisses und der Planierung der Fläche erstellten Grundstück ist erfolgt. Ich weiß gar nicht, welche Hausnummer es war. Hausnummer 16. Das ist der Fall. Ich weiß gar nicht, welche Hausnummer 16. Ich werde mich für die Schaff und die Schaff und die Schaff und die Schaff. Ich soll mich für die Schaff und die Schaff.